Leute, das war's mit 2018. Ich möchte auch gar nicht lange rumschwafeln. Ich möchte mich einfach nur von Herzen bei euch bedanken dafür, dass ihr meinen Content anschaut, dass ihr mir auf Twitch zuschaut, dass ihr meine YouTube-Videos anklickt, dass ihr auf Abonnieren gedrückt habt, dass ihr meine Bilder liked, dass ihr meine Videos und meine Streams und meine Clips kommentiert und dass ihr einfach nur da seid, dass ihr diese unglaublich unfassbare, unbezahlbare Community mit mir zusammen aufgebaut habt und ich freue mich einfach auf das nächste Jahr mit euch und bevor ich jetzt hier irgendwie noch große Reden schwinge, möchte ich euch einfach meine persönlichen Lieblings-Highlight-Clips in 2018 zeigen in diesem Video. Die hat der Carsten für euch zusammengeschnitten. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Carsten für die ganzen schönen Videos, die er gemacht hat. Carsten, ja, nicht rot werden jetzt. Und ich freue mich auf 2019 mit euch. 2019 geht los mit meinem Bahamas-Trip. Auch den werde ich für euch dokumentieren, wie alles andere. Ihr kennt mich. Denkt immer daran, Leute. Doing always wins. Und jetzt viel Spaß mit den Grind-Highlights aus 2018. Oh Gott, er geht rein. Wahnsinn. Er riskiert sein Leben. Guck mal, der kann, aber der Jutonis ist auch schon am Grübeln. Ja, aber was denkt er denn? Er hat gefoldet. Wow. Wow. Jetzt kommt der Herzkirch. Da ist er, da ist er, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Was ist das für eine Hand, ey? Ehe im Frühjahr habe ich gesagt, er wird das mit Königin gewinnen. Wenn kommt jetzt der Bube in den Pick, aber er ist auf dem River, glaube ich. Oh shit man, der arme Kamatsky. Kamatsky ist aus, er kann nach Hause fahren, mit dem Geld schon mal was kaufen, dann wird der Shagai das fast gewinnt, also ist er ein absoluter Favorit. Jack of Spades an dem River. Jack of Spades. Alter was ist los mit dir? Der Teufel! Teufel! Felix! Alle mal Siebener in den Chat. Siebener in den Chat, ehemals funktioniert mit dem neuen. Siebener bitte in den Chat. Oh oh. Siebener in das kinderatt場. Siebener? Also siebener. Oh und dann kommt das mit. Mal, und nochmal 7. 7- IESbase mouths komm Leute,ierer Siebener! Ich glaube, ich muss folgen, Leute. Das ist sick. Also ihr muss eine Ass 10 oder 10 9 haben. Alter, ich fold das. Das wird ein Fold. Das ist so sick, ich fold es. Ich sehe wahrscheinlich aus wie ein Idiot, aber ich werde es folden. Komm. Was ein Fold, Leute. Guckt euch bitte mal diesen fucking Fold. Ja, okay. Dass der König gekommen wäre, ist mir scheißegal. Aber der Fold war richtig. Der Fold war richtig, Mann. Das war ein richtiger Fold. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich hätte zwar gewonnen, aber der Fold war richtig. Nein, 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 nein. Was? Wie ist das möglich? Ich habe nur in den 10. Wtf. Das tut. Wow, was ein Fold. Was ein Fold mit den 10. Nein! 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 Ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Das ist wie... Oh mein Gott! Einer geht noch rein. Komm hier. Der 100er. Der 100er geht auch noch rein. Eben auch schon richtig geil mit Krokodilen. Ja! Geil! Oh, wie geil! Wie geil! Leute, wir sind all in. Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen tun, weil er hat noch viel dahinter. Jetzt müssen wir so tun, jetzt hätten wir eine schwere Entscheidung. Weil er die 110 auch noch callen muss. Leute, wir sind all in. 4-Way-Aces! 4-Way-Aces! Alle rein hier! Und? Und? Die 3! Die 3! Die 3! Die 3! Ja! 100%! Voll abgeschmatzt! Triple K.O. oder? Triple K.O. Alter! Boom! 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 Ladies in den Chat gegen Fabio Mola. Poggers. Poggers! Wells! Hahahaha! Hihi! Huhoh! Ach du scheiße! Holy Shit! Nuts gefloppt! Nutsinger gemacht Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch mal mit diesem Körper. Wir haben Aces hier! Alle mal Aces in den Chat! Wir haben Ladies hier! Alle mal Ladies in den Chat! Und wir haben die Straße gefloppt? Unglaublich! Was ist da los ey! Was ist hier los! Tausend! Tawei. Taui auf'n Flop. Schön Strauß gefloppt Und die Ladies werden wir callen hier All in Ladies gegen Dame 10 suited Alter, mit Maximums Aber jetzt Aces Aces gegen A6 Let's go Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Was ist denn jetzt kaputt gegangen, Freunde? Every time 7 is coming Hi What? What? Was? 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 Vielen Dank.